Nimm, nimm den Trank, nimm den Trank, nimm den Trank, nimm den Trank, alter, ich hasse das Spiel, nein, der Stuhl. Yo Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Styx, Master of Shadows, ja, wir haben ja letztes Mal hier aufgehört, vor der Tür. Dann werden wir jetzt den Clony da durchschicken, und der soll uns gefälligst die Tür aufmachen, beziehungsweise, nee, der schallt aber eh neben der Tür. Geh wieder raus, geh wieder raus, vor allem, kommen die jetzt hierher, machen die Tür auf, das wäre jetzt nicht so geil. Ne, ist ja, ist ja, ist ja eine Wand, ne, sieht man nix, sind ja nicht irgendwie Gitterstäbe oder so. Also, weg mit euch, komm. Der Clony ist schon fast abgelaufen. Komm doch, doch, doch. So, was können wir jetzt noch machen mit dem, ach, da vorne, das, kann der das vergiften? Das wäre perfekt, komm. Bleh. Und weg mit dem Clony. So, jetzt ist die Frage, ob der, ähm, Blech-Heini das trinken geht. Ah ja, perfekt, ist ja schön dabei. Der andere vielleicht auch noch. Er hat das auch noch bemerkt, vom Geräusch her. Und, wo ist er? Hat er was getrunken? Ne, er hat, der, 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 der faule Sack, der, der hat sich nicht bewegt. Da drüben, ja, könnten wir das Messer holen, in der Schmiede. Obwohl der weg ist. Ah, das war schnell, 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 schnell. Ah, Messer, 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 Messer. Perfekt. Perfekt. Und Messer haben wir auch wieder. Komm, die machen wir gleich weg. Runter da. Oder auch nicht. Ja, sieht auch gut aus. Die fliegt überhaupt. Tja. Naja, egal. Wir müssen ja nicht lang hier verweilen. Wir müssen ja nur wieder zurück in die Bibliothek. Und schon wieder diese, ähm, Schwebeschädel-Dinge. Ja, hat mich schon gesehen. Komm. Explodier. Explodier doch. Jetzt. Da oben ist noch ein Anbrustschütze. Ah ja. Den. Haben wir gleich ertolcht. Geht's hier weiter gleich? Über die Rohre oder müssen wir durch die Tür? Ich glaube, wir gehen eher hier über die Rohre. Ja. Ja. Sieht gut aus. Guck mich da dann ums Eck. Ja. Ach, hier kann ich hoch. Hier kann ich, hier kann ich noch eins rauf. Ja, 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 ja. Wo sind wir denn jetzt? Ist das jetzt ein Geheimweg? Ja, aber der bringt uns nix, oder? Ne, ich glaube, der bringt uns nix. Ne. Jetzt sind wir wieder hier unten. Ach, ne, da, da, da. Da ist noch was. Im Gang. Da können wir rein. Aber der bringt uns auch nix. Toll. Autsch. Ja. Ja, müssen wir halt nochmal hochgehen. Ah, da kann man nicht ranklettern, ne? Ne. Ruhe. Da war nix. Ja, sieht nicht so gut aus, ne? Ich sehe jetzt auch nicht so gut aus. Mein Freund. Kann man eigentlich den Ofen aufmachen und die Leichen da reinschmeißen? Das wäre halt schon interessant. Irgendwie ein Hebel oder sowas? Ne. Schade, schade, schade. Tja, ja. Jetzt müssen wir da nochmal hoch. Eigentlich können wir jetzt mit dem Klon da durchschlüpfen. Aber sind halt richtig viele Leute, ne? Ei, 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 ei. Ach ne, wir brauchen gar kein Klon hier sehen. Hier ist ja der Hebel. Nicht hier pfeife, dann kommen die alle raus wahrscheinlich. Nichts. Muss ich mich daran vorbeischleichen? Oder unsichtbar werden? Ich höre schon wieder die Krabbeldinge. Oh, ich kann oben lang. Ich kann oben lang. Ist sogar ein Gang. Wunderbar. Hören wir schon wieder die Käfer. Wo sind die? Ah, oben. Die hässlichen. Käferalarmanlage. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, wie sind hier so viele Wachen? Egal, die skippten wir einfach. Die gehen eh nur durch einen Kreis. Speichern wir erstmal, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Alter. Ich dachte, der kommt jetzt hier hinten. Hui. Ja, da müssen wir auf jeden Fall rauf. Sack. Schalten wir mal die Lampe aus, hier. Wut? Ich habe nichts gemacht. Mit wem schreit der? Was ist da drin los? Das sind die Käfer, oder? Ja. Eklig. Nee, da gehen wir nicht rein. Da gehen wir nicht rein. Da brauchen wir nicht rein zu gehen. Tja. Oh. Ach, warum müssen das zwei sein? Wir könnten uns eigentlich unsichtbar vorbeischleichen. Weil der, der bewegt sich anscheinend nicht. Einfach vorbeischleichen. Ist wahrscheinlich die beste Variante. Ah, verdammt. Hilfe. Boah. War mal richtig schlecht. Von mir. Aber hat gewirkt. Jo. Boah. Aha. anscheinend gibt es hier was wertvolles ja mal sehen vielleicht finden wir das hier kommt er jetzt hier lang nicht hier dann ist gut dann können wir ja reingehen ja oben ist unser ziel ich spreche meist mal ja genau das ist das ist niemals schlecht mit die schleicherei da wird mal so schnell entdeckt und dann muss man wieder alles neu spielen so mit dem sand schneiden alter daneben mit dem sand mal das licht aus und dann da hinten über den kasten mit funktionieren dann über die haken hoch und dann darauf ja wir machen das jetzt am besten geht der ist feiern zu nähe einfach hinten vorbeigehen geht das kommt er wieder das messer können nehmen von dem bachmann muss die blechdose hin ah ok der dreht wieder um der trank den trank glaube ich nehmen wir auch mit oder oder haben wir doch nicht ja eigentlich auch nicht zwei kürzchen und zack nimm nimm den trank 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 alter krass das spiel noch nicht nicht macht oder wie hat nicht gehört oder wie die einfach Definitely einfach weg schade um den trank aber ja ja ist doch egal der käfer fiech zwei natürlich ist er klar einzutöten wäre kein problem schmuggelt wieder einer die kennen wir ja schon oder das ist der dialog hat man schon mal heute kommt jetzt hier lang was hat er gut funktioniert den fressen jetzt die kiefer der hat dahinten sind geheim versteckt oder auch nicht so einer weniger überall die käfer echt ja da drüben müssen wir rein die gehemmt hier finde ich jetzt nicht oder wie schade da ist immer ein zeichen wachkäfer wachkäfer und weg das auge sagt ja immer dass da was versteckt ist das können wir jetzt so schnell suchen ne jetzt der ausgang ach so der das auge weist vielleicht auf den ausgang hin das kann auch seine hier geht's wo geht's hier lang ne da waren wir schon da ja da hier waren wir schon ja schade schade ne gut dann verlassen wir jetzt das level in richtung bibliothek tja falsch nochmal zurück falsche richtung ja danke fürs zugucken wenn es euch gefallen hat lasst ein like da schreibt einen kommentar und wenn ihr bock drauf habt abonniert meinen kanal es kommt immer wieder neuer content und wir sehen uns dann in die